Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und doch herzlich Willkommen zu der täglichen Dosis Trashy. Gibt's täglich neue Videos zu trashigen Themen und heute geht es um Nathalie von Berlin Tag und Nacht. Sehr bekannt, die auch unter anderem bei dem Format, auf was wir alle warten, mitgemacht hat bei Like Us. Und sie hat jetzt bekannt gegeben, dass sie schwanger ist und haben sich natürlich viele die Frage gestellt, Mensch, wie geht das denn? Die ist doch lesbisch. Und wie gesagt, ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn lesbische Paare oder homosexuelle Menschen generell Kinder bekommen. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich wünsche ihr auch erstmal alles Gute und Glückwunsch und alles super. Allerdings bemerkt man jetzt auch schon wieder etwas, wo ich sage, Mensch, das geht jetzt gerade mal ein paar Tage und das geht schon wieder in so eine Richtung, wo ich sage, oh nee. Also zum einen, je nachdem, wie das jetzt zustande kam, also entweder ist sie dann doch bisexuell und hat jetzt doch einen Partner, den wir alle noch nicht gesehen haben, ist deren Sache, ja. Oder sie hat das über künstliche Befruchtung gemacht. Ich weiß es jetzt gar nicht, da könnt ihr mal unten reinschreiben, ob das so einfach möglich ist oder ob das dann halt auch theoretisch, ja, im Bekanntenkreis, dann, ich weiß. Also wie gesagt, ihr könnt das ja unten reinschreiben, vielleicht hat sie ja auch, wenn das Video kommt, schon was dazu gesagt. Auf jeden Fall hat mich das jetzt total überrascht. Kam jetzt irgendwie sehr plötzlich und ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt eine Beziehung führt. Meines Erachtens ist die auch Single, also irgendwie wirkte das jetzt alles ein bisschen komisch. Aber nun gut, trotzdem alles Liebe und alles Gute. Ich habe jetzt allerdings, nachdem die Werbetrommel gerührt wurde von sämtlichen Influencern, die mit ihr da cool sind und alle gesagt haben, Mensch, da gibt es eine tolle Nachricht demnächst und das ist toll und jenes, habe ich schon wieder das Gefühl, dass die Werbetrommel in den nächsten Wochen fleißig gerührt wird. Ja, und da habe ich ein Problem. Ihr kennt mich ja durch meine Videos von, ja, Anne Wünsche und Co., die ja auch ganz gerne mal die Kinder sehr vermarkten. Und wenn es dann in der Schwangerschaft schon anfängt, dann habe ich da irgendwie ganz schwere und starke Bauchschmerzen bei. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe da irgendwie so meine Gewissenskonflikte, wenn Leute, die auf Influencer, ja, machen oder erfolgreich Influencer sind, dann ihre Babys oder ihre Schwangerschaften so vermarkten, dass man sagt, Mensch, also vorher waren sie jetzt nicht so spannend, ja, sie hat ja nur durchaus eine Reichweite und bedienen Tag und Nacht, muss man sagen, ist jetzt nicht schauspielerisch das Gelbere vom Ei, aber man muss dennoch ihr ja Props geben. Sie hat daraus was gemacht und hat eine riesige Reichweite und kann ja davon auch gut leben. Ja, also das Kind wird es jetzt nicht schlecht haben, sie wird bestimmt auch eine tolle Mutter und ich will auch gar nichts Böses, ja. Ich habe da irgendwie nur so meine Bauchschmerzen und ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen, dass das jetzt auch bei ihr schon wieder so anfängt. Und wir sind jetzt momentan auf YouTube die Trennungswochen gestartet. Ihr seht es vielleicht in den Trends, dass regelmäßig Trennungsvideos auf Platz 1 sind. Das ist erst der Dima und Paula, so ein YouTube-Pärchen. Und dauernd irgendwelche Leute, die du teilweise auch noch nicht mal einmal gesehen hast in deinem Leben, die dann auf Platz 1 in den Trends sind, teilweise auch nur mit 10, 15, 20.000 Abos, wo ich sage, okay, krass, entweder haben die sich da reingekauft oder irgendwas geht nicht mit rechten Dingen zu. Oder der Algorithmus sagt jetzt, Mensch, das ist angesagt, macht euch mal hier ein paar Trennungsvideos, der Frühling beginnt, neue Partnerschaften und Trash wird gesucht, es passiert nichts, trennt euch alle. Keine Ahnung, ob die Corona-Jahre bei manchen Spuren hinterlassen haben. Es gibt, glaube ich, sehr viele, die sich jetzt getrennt haben in der Zeit. Tut mir ja auch leid, wie gesagt, deswegen mache ich jetzt auch kein extra Video zu den Trennungen, aber das ist mir nur so aufgefallen, dass das so ein Trend ist. Und dann halt, dass Spangerschaften auf Instagram vermarktet werden, von irgendwelchen Gender-Partys bis hin zur Bekanntgabe des Babys. Und dann fragt man sich teilweise, haben die da überhaupt eine Beziehung oder was ist denn da los? Und wie gesagt, das kann natürlich auch mal so passieren. Vielleicht ist sie auch bisexuell jetzt und hat dann doch irgendwie einen Typen kennengelernt und ist das passiert. Ja, ich hoffe fürs Kind auf jeden Fall das Beste, aber das dann irgendwie so zu vermarkten und irgendwie da so ein Tromborium drum zu machen, da wird mir persönlich ganz übel bei. Und das geht jetzt irgendwie seit Monaten auf Instagram ab und jede Woche ist irgendjemand Neues schwanger, der das dann wieder auf die gleiche Art und Weise macht. Promi-Flash steigt drauf ein und sagt, Mensch, geil, das promoten wir. Und dann geht das dann monatelang die ganze Schwangerschaft. Jeder Furz wird zum Thema gemacht. Man sieht das ja auch bei Anne Wünsche. Also da sind ja die intimsten Dinge genannt worden, wo ich gesagt habe, also so genau wollte man es jetzt nicht wissen, liebe Anne, muss das jetzt sein, dass du jetzt da wirklich über irgendwelche Sexualpraktiken jetzt in deinem Video plaudern oder in deiner Instagram-Story plaudern musst. Klar kann man über sowas mal reden und einen Livestream machen, aber so genau will man es dann doch nicht wissen, also zumindest ich jetzt nicht, was jetzt Anne Wünsche und ihr Freund da treiben während der Schwangerschaft, das ist deren Sache, aber anscheinend ist das jetzt für viele brennend interessant und gehört dann halt auch zu einer perfekten Vermarktung. Und manche gehen ja dann auch so weit und vermarkten dann die Kinder, wie bei Anne Wünsche. Und wenn es halt in der Schwangerschaft schon anfängt, dass die Privatsphäre des Kindes nicht so richtig geschützt wird, dann möchte ich gar nicht wissen, wie das dann ist, wenn das Kind da ist. Und da sehe ich ein ganz großes Problem. Wir alle, die jetzt ein bisschen älter sind und zwar mit dem Internet aufgewachsen sind und jetzt die Sozialnetzwerke auch die letzten 10, 15 Jahre mitgemacht haben, wissen, was das alles für Probleme mit sich bringt, haben aber auch eine Kindheit oder eine Jugend oder auch die Schwangerschaft der eigenen Eltern ihre Privatsphäre gehabt. Also mich würde das persönlich sehr stören, wenn von meiner Mutter irgendwelche Instagram-Beiträge und Videos online wären, wo sie über sämtliche Schwangerschaftsprobleme berichtet beziehungsweise sämtliche Probleme meinerseits in der Kindheit, Kindergarten, Schulzeit und Co. unter jegliche Sorge oder jegliche Sorgen auch geteilt werden, was auf der einen Seite vielleicht Therapie ist und vielleicht auch eine Daseinsberechtigung hat, sich auszutauschen, aber nicht, wenn das Kind das alles und wie ein paar Jahre später sieht, und sich fragt, Mensch, was hast du denn da über mich erzählt? Beziehungsweise das muss doch jetzt nicht jeder wissen, dass ich in der Schule und wie krasse Probleme habe oder keine Ahnung, sonstige private Dinge. Und wenn der Content dann auch so aufgebaut wird, dass Kinder dann so vermarktet werden, wie bei diesen ganzen Family Channels, da kann man dutzende Namen nennen, da werden Kinder wirklich zu Klickmaschinen herangezogen, die eigene Kanäle haben und da wird dann natürlich auch mit der süßen Art und Weise des Kindes gespielt und die werden dann vermarktet und müssen da irgendwelche Sätze aufsagen mit Abonniert, lass ein Like da, drück die Glocke und sagen da irgendwelche Sachen auf teilweise und welche Kinder, die drei, vier, fünf, sechs Jahre alt sind, wo ich mich frage, in welche Richtung soll das gehen? Und deshalb habe ich solche Bauchschmerzen auch schon bei Leuten, die das jetzt in der Schwangerschaft so machen. Und die Nathalie habe ich eigentlich für eine gehalten, die so ein bisschen zurückhaltender ist, die das nicht so krass macht, aber man merkt jetzt auch schon wieder, dass irgendwie anscheinend jetzt gerade so ein Trend ist, alles nach außen zu tragen. Ich hoffe, das geht jetzt bei ihr nicht zu weit, das Ganze, aber ich sehe es und will schon kommen, dass das sehr uncool und unschön und nervig enden wird. Ihr könnt ja gerne mal unten reinschreiben, wie ihr das so empfunden habt jetzt zu den letzten Tagen, wenn ihr sie überhaupt beobachtet auf Instagram oder generell ihr folgt. Ansonsten wünsche ich ihr trotzdem alles Gute fürs Kind und ich bin gespannt, was da jetzt noch rauskommt. Wer ist jetzt überhaupt der Vater und wie ist das überhaupt zustande gekommen? Das ist ja auch irgendwie so eine Frage im Raum, die ganz spannend ist. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ihr könnt mir gerne bei Twitter und Instagram natürlich Vorschläge machen für weitere Videos und morgen wird es auf jeden Fall wieder trashig. Also lasst gerne ein Abo da und ein Like und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann und ciao, ciao.